Hallo, ich bin Marion, die Kostümbildnerin von der Soko Leipzig. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ich in Melanies Garderobe. Heute seht ihr den großen Fundus, in dem alles aufbewahrt wird, was jemals am Start war und teilweise auch wieder dann, um teilweise dann wieder an den Start zu kommen. Und ich habe gehört, ihr wolltet wissen, ob ich mich an Weihnachten besonders anziehe. Und die Antwort ist ja, das mache ich und das mache ich auch gerne. Und es ist tatsächlich so, dass ich ein Weihnachtsoutfit habe, das ich praktisch jedes Jahr anziehe und damit das Ritual von Weihnachten sozusagen auch zu unterstützen. Und ich muss mir keine Gedanken machen, weil es hängt das Ganze hier am Schrank und ich muss es dann zu Heiligabend nur vorholen.